Hallo ihr Lieben, bei mir ist die Elke Stellbrink und Elke, wo sind wir hier und was machst du hier? Wir befinden uns im Tierheim Olpe. Ich bin seit 14 Jahren erste Vorsitzende des Tierschutzvereines und Mädchen für alles. Und wir zeigen euch jetzt natürlich, wer hier alles noch ein schönes Zuhause sucht und vielleicht ist gerade für euch auch der Richtige dabei. Schaut's euch an! Der wunderschöne Arni muss mit viel Liebe Vertrauen aufbauen. Er ist noch sehr schüchtern, hat Angst vor schnellen Bewegungen und sucht Geborgenheit. Gemeinsam möchte er mit seinem Herrchen die Welt kennenlernen und Vertrauen fassen. Er möchte noch ganz viel lernen und Spaß haben. Einer gemeinsamen Zukunft steht dann nichts mehr im Wege. Elke, wie kann man denn jetzt mit dir oder mit euch hier im Tierheim in Kontakt treten? Am besten über unsere Homepage, thm-olpe.de oder zu unseren Öffnungszeiten. Wir haben jeden Dienstag bis einschließlich Freitag von 14 bis 17 Uhr geöffnet und jeden zweiten und vierten Sonntag auch von 14 bis 17 Uhr. Oder einfach mal anrufen. Wir freuen uns über jeden Besuch. Also, kommt doch einfach mal vorbei! Tschüss! 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 Vielen Dank.